Ja, ich hab dein Dings nicht berührt. Nein! Hier bist du hier, Aki! Hau da hin! BOOM! Hier haben wir aber keiner hin. Warum? Diesel, warum kommst du vor? Ein Step-Up? Ich hab gedacht, einer ist noch hinter mir. Nein, nicht zu dritt. Wenn du zwei vorne siehst, bleibst du hin. Ich seh jetzt niemanden vor mir. Ui! Ui! Der ist jetzt geflogen. So, in die Mitte, in die Mitte. Nix! Keiner! Meiner! Doch nicht! Aber jetzt, oh oh! Nein! 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 Raust du mit! Nein! Jetzt aber! Nein, 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 nein! Der ist für dich! Er kommt von hinten angeschnitten. Er wünscht ihn einfach rein. Musst du mal den Game Toad leider machen, ey. Bei mir in der Freundesliste. Ich bleibe kurz mal. Rocket League, Rocket League, Rocket League. Ja! Ja! Nicht schon wieder! Er hat's auch! Ja, Alter! Guck dir das an! Wie hat das funktioniert? Ja, Wiesel hat geschlafen. So hat das funktioniert. Nein, ich war... Der Schmeil war's. Doch, Wiesel hat geschlafen. Wiesel hat geschlafen. Wiesel hat geschlafen. Du warst vorne. Ja, einfach weil ich nicht geschlafen habe. Oh, wir sprechen hier schon wieder. Danke. Aus dem Weg. Mein Ball. Mein Würfel. Ah, fucking! Bleib da, wenn ich dich hauen will. Oh, oh, Donnie! Nein! Ja, Tor! Mein Fehler! Schönes Ding! Oh Gott, Donnie! Er haut die Hände voll ins Tor rein! So muss das laufen. Und da fliegt er, und da fliegt er. Oh Mann, Donnie! Kann mich nicht bewegen? Was ist Donnie? Kann mich nicht bewegen? Ist doch kurzer! Du bist passiver Spieler, ja? Warte, ich... Versuch dich mal in die Luft zu jagen. Ist dein Controller vielleicht leer? Ah, jetzt! Ah, warum hast du dich wegbewegt? Nee, äh... Das war alles nur Ablenkung, glaub mir. Jeder macht sich sauber. Was ist denn los? Ich war kurz auf dem anderen Bildschirm, und der hat irgendwie den Hauptbildschirm nicht aktiviert. Mhm. Ja, ja, alles klar. Ist ja alles nur Ablenkung gewesen. So, geht's vor? Donnie, was machst du wieder? Gut machst du das, Donnie. Schön. Weiter nach vorne. Oh, ist er. Nein! Echt jetzt? Für... Für nen Würfel? Uh! Nein! Nein! Wohh! Hapi! Hapi! Nein! Nein! Hau weg das Ding! Nein! 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 Kacki, flieg vorbei! Na Gott, jetzt bewegt mal dieses Klobing-Ding. Ja echt, das Ding will nicht fliegen. Das ist fast so schlimm als mit Puck. Ja, der Puck, der hat ne einfache Regel. Der Würfel, der kann irgendwie... Der halt einfach so stehen bleibt. Ja! Nein! Nein! Er geht auch in die falsche Richtung. Bitte! Nein! Jawoll! Schön! Ich wollte ihn grad wegstoßen, aber da kommt der Zero. Das war knapp. Das war echt knapp. Gerade noch. Die nächste Runde werden aber aufnehmen. Aber da mit nem Ball. Kein Scheisswürfel mehr. Sollen wir mal einen Mini-Ball machen? Mit nem Puck, mit Puck. Wir können hier die neuen Maps nehmen. Ja, die haben wir noch nicht. Bitte nicht. Ja, wenn schon, denn schon. Sorry, Dave. Komm, komm, komm. Oh oh. Ja, das ist geil. Schön. Nein, 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 nein. Sorry. Oh. Es schubst wieder rein. Das war ich. Ah. Gefangen. Nein, wie? Der Donny! Der Donny spielt für die Gegner. In die Mitte, in die Mitte, in die Mitte! Nein! 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 Geh hier! Was ist das hier? Was ist das? Was ist das? Es fliegt! Es kommt! Ist es eine Maus? Ah, klan! Pass auf! Das geht es doch gar nicht. Ich denke, das Ding fliegt so scheiße. Ja, du kannst nicht beurteilen in welche Richtung das Ding fliegt. Ah, scheiß Ball! Geht mal aus dem Weg! Seht ihr nicht, dass das... Nein! Die Flugbahn ist sowas von behindert. Der Dreiersturm. Ich bin im Tor! Ich bin nicht im Tor! Komm schon, schieß das Ding in die Mitte! Ich hätte ihn erwischt jetzt. Zero, hau ab! Such dir ein anderes Plätzchen! Ein anderes Eck! Geh weg, Schmiele! Unschön! Schön! Boah, der ging aber echt weit weg jetzt gerade! Ja, das ist immer so... Nein! Abgelenkt! Wer geht noch? Nein! Oh Gott! Nein, nein, nein! Geh da rein! Geh da rein! Geh da rein! So, ich muss erstmal den OBS starten. Wow, Donny hat 5 Meter pro Sekunde Tor! Schneller geht's nimmer! Wie ist das? ups ups über was zu? Unschö Sanskrit bis? Hund und Videos. Schrocken und Lucas critique in Schotken. Schrocken und bees... Bis zum nächsten Mal,, ohne Being und Kopf kids! Bitte Raven wieder!